Ja Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gibt es etwas ganz besonderes, denn heute ist Storytime. Ja Leute, ich erzähle aus meiner Vergangenheit oder vielleicht auch gerade Gegenwart Geschichten, die mir eben passiert sind. Und heute geht es um das hier, nein nicht um Deckboxen, sondern das hier drin, nämlich Decks. Ja Leute, ihr habt den Titel schon gesehen. Ich habe fünf Jahre lang kein Deck besessen. Und der andere fragt sich jetzt sicherlich, wie kann das sein und wie hast du Turniere gespielt? Und da will ich eben Stück für Stück drauf eingehen und was die ganzen Gründe waren und wie es jetzt ist natürlich. Aber wir fangen einfach mal von hinten an. Ja, ich habe fünf Jahre lang keine Decks gehabt, also kein eigenes Deck. Jetzt fragt sich wirklich einer, okay, interessant, warst du nicht bei YCS, Nationals, Europameisterschaften oder Messen oder ähnliches? Welche Decks hast du denn da benutzt? Naja, was soll ich sagen? Die gehörten halt jemand anderen. Nein, also wir schlüsseln das Ganze mal auf. Und zwar, ich habe zwar selber kein aktives Deck gehabt, besaß aber natürlich trotzdem das eine oder andere, die eine oder andere Stable-Karte. Also ich habe Ashes gehabt, ich habe Impermanence oder ähnliches gehabt, eben verschiedene Karten, die man so in jedem Deck braucht. Also die hatte ich schon, ich hatte nicht komplett gar keine Karten, aber eben nicht alle Karten. Gerade um Deck-Course hatte ich ebenfalls nicht. Und bei Deck-Course war es so, naja, es gab halt die Möglichkeit, den Deck-Door jetzt zu kaufen oder ihn zu leihen. Und das hat einfach den Vorteil gehabt, dass ich sehr viele Leute kenne und gerade auch viele Leute, die nicht zu jedem Event fahren. Bedeutet also Leute, die eben nicht auf ein Event fahren, ich aber schon, aber trotzdem Metadecks haben, naja, was sollen die machen? Die Karten liegen eh zu Hause rum. Dann haben sie mir die einfach netterweise geliehen, was mega nett war. Und dadurch hatte ich eben die Möglichkeit, trotzdem Full-Power-Meta zu spielen, ohne das Deck überhaupt selber besessen zu haben. Ja, und auch allgemein auf anderen Events, selbst wenn Freunde mitgekommen sind, man kennt es ja von anderen Freunden auch, dass wenn man sagt, ey, du hast doch zwei Decks, ne? Du hast Deck X und Y. Ja, wenn du Y spielst, darf ich Deck X haben, also zumindest den Core. Wie gesagt, Staples hatte ich zum größten Teil ja selber. Oder natürlich, wenn du gewisse Staples nicht spielst, da haben wir zum Beispiel Droplet. Droplet war ja lange Zeit eine sehr teure Karte. Und da war es natürlich so, nicht jeder hat die Karte gespielt. Und wenn man dann zum Beispiel selber gesagt hat, ich spiel die Karte, aber dein Kumpel nicht, dann kann man sagen, ey, wenn du die spielst, darf ich die denn spielen? Und ja, so war es dann halt öfters, dass ich dann eben dementsprechend genau diese Karten geliehen bekommen habe. Aber natürlich klappte das nicht immer, ist auch nicht immer aufgegangen. Und dementsprechend musste ich dann oft spontan oder auch sehr kurzfristig eben natürlich gewisse Karten kaufen und dann natürlich auch tief in die Tasche greifen. Denn ihr wisst es alle, gerade vor Turnieren, also gerade zu Beginn vor Turnieren, sind die Karten nochmal extrem teuer. Und ja, da hat man natürlich viel Geld ausgegeben und dann die gewissen Karten ranzukommen. Aber das ist natürlich das Risiko und natürlich auch selber Schuld. Man hätte ja auch einfach viel früher ein Deck kaufen können oder allgemein eigene Karten besitzen. Dann würde das Ganze natürlich nicht passieren. Ja, aber so ist es auf jeden Fall, dass ich eben wirklich selten meine Decks gespielt habe. Aber warum war das eigentlich so? Warum spiele ich kein eigenes Deck? Macht doch komplett Sinn. Ich meine, man spielt aktiv Yu-Gi-Oh, geht aktiv zu Turnieren. Da wäre es doch sehr sinnvoll, auch Decks zu besitzen. Macht irgendwie Sinn, oder? Naja, das Ding ist folgendes. Im Jahr gibt es so, sagen wir mal, sechs Groß-Events. Und davon kann ich nicht mal zu allen gehen. Also sei es halt, ist es ein Land, wo es sehr teuer ist, wo ich sage, boah, nee, muss jetzt nicht. Oder einfach zeitliche Gründe. Kann auch einfach sein, dass man wegen der Zeit einfach nicht dahin reisen kann. Heißt, man hat im Jahr zwischen vier und sechs Groß-Events. Das bedeutet, so oft geht man zum Turnier. Man kann theoretisch zu Locals gehen, aber ja, leider, ich habe keine Locals. Bedeutet also, ich kann nicht mal eben mit meinem Deck, was ich ja geholt habe, jede Woche spielen, sondern ich kann eben nur zu diesen Groß-Events gehen. Bedeutet also, da macht ein Deck wenig Sinn. Natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, und zwar, dass man eben einfach ein Deck hat für Freunde. Aber auch hier, mein Freundeskreis haben so gut wie alle aufgehört, mit Yu-Gi-Oh zu spielen. Bedeutet also, ich habe quasi keinen Freund mehr hier im näheren Umkreis, der eben ebenfalls Yu-Gi-Oh spielt. Heißt, man eben eine lockere Runde, also sagen, ey, komm, abends vorbei, in einem Deck mit. Wir zocken eine Runde. Ist auch nicht der Fall. Bedeutet also, ich brauchte wirklich die Decks nur eben für die Groß-Events. Und ja, da lohnt sich das faktisch einfach gar nicht, eben ein Deck sich zu holen. Doch jetzt freuen wir uns natürlich, wie habe ich das früher gemacht? Naja, früher war es wie folgt. Früher war es so, dass ich vor einem Event geguckt habe, welches Deck ist für mich mit das stärkste Deck. Und dann wurde das Deck gekauft. Ja, komplett gekauft. Und nach dem Event wurde das Deck komplett verkauft. Heißt, kaufen, verkaufen. Der Vorteil ist jetzt, wenn das Deck sehr gut war und auch danach noch sehr gut performen würde, weil das noch länger Meter ist, dann wird dieses Deck deutlich teurer sein nach der YCS oder ähnliches. Bedeutet also, man hat Plus gemacht. Umgekehrt, wenn eine Banlist in der Zeit gekommen ist oder ein neues Set kommt oder so, und das Deck rausrotiert, dann machst du natürlich Minus beim Verkauf. Heißt, ich habe oft Plus gemacht, aber auch oft Minus gemacht. Am Ende, sage ich mal, ist es Plus, Minus, Null. Ich meine, es ist so und da hat man das Deck gehabt. Aber wie gesagt, dann hat sich das nicht mehr so gelohnt, finde ich. Und dann hatte ich auch die Freunde und die Leute, die mir die Karten geliehen haben. Und dann hat das Ganze gepasst. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass ich das so gemacht habe. Und ich muss sagen, auch all time, letztendlich würde man sagen, am Ende war es einfach teurer, als selber die Decks holen. Man denkt jetzt, ja, ist ja voll smart. Hast du ja nie einen Cent ausgegeben. Naja, darf nicht vergessen. Die Karten müssen zurückgeschickt werden und ähnliches. Sie sind teuer, müssen versichert sein. Also nicht, dass ich mich beschwere. Auf keinen Fall. Aber Geld hat das Ganze natürlich trotzdem gekostet. Und natürlich auch, wie immer, natürlich auch Sicherheit. Also wenn Leute mir Karten leihen und sie danach beschädigt sind, von mir natürlich, dann natürlich ersetze ich die auch. Also das ist natürlich klar. Das haben wir bei eigenen Karten natürlich nicht. Man ärgert sich natürlich, wenn eine Karte irgendwie einen kleinen Kratzer bekommen, einen kleinen Knick oder ähnliches. Aber es ist halt deine Karte. Du willst sie ja eh spielen. Von daher ist ärgerlich, aber ist okay. Aber wenn du jemand anderes die gibst, von dem die nimmst, dann beschädigst und zurückgibst, naja, vielleicht wollt ihr die Karte danach verkaufen. Nee, ist ein bisschen problematisch dann. Von daher natürlich mit fremden Karten immer gut umgehen. Definitiv ist das auf jeden Fall eine Sache, die man beachten sollte. Und wie gesagt, allgemein dann spontan doch noch gewisse Karten holen oder ähnliches. Auch wenn man nicht mehr so viele Karten holen müsste. Ich glaube, am Ende ist das wirklich deutlich teurer gewesen, als hätte man jetzt einfach eben die ganze Zeit sich Karten geholt, die gespielt, dann wieder passend verkauft. Mit passend meine ich, man will das Deck nicht mehr spielen oder weiß, ja, Reprints kommen bald oder ähnliches. Dann kann man das Ganze ja wieder verkaufen. Ich glaube, am Ende wäre man damit besser gefahren. Aber ich habe mich dazu entschieden. Und ich glaube, wenn du erstmal da drin bist, da kommst du erstmal so schnell nicht raus. Apropos so schnell nicht raus. Ja, das hier ist meine Deckbox und da ist ein Deck drin. Wie kann das denn sein? Du hast doch gerade gesagt, du hast kein Deck. Naja, das Ganze hat sich geändert, denn ich habe mir jetzt doch wieder ein Deck angeschafft. Und auch allgemein in Zukunft werde ich wieder eigene Decks besitzen. Ich kann dazu ja auch mal ein Video machen, wo ich das Ganze vorstelle und auch erkläre, wie das Ganze ist. Denn dieses Deck, was ich hier geholt habe, ist Camera Branded. Und das ist ein Deck, was zum Zeitpunkt, als es rauskommt, natürlich sehr stark war, auch Regionals Tops und ETC hatte, aber natürlich nicht das absolute zerstörerische beste Deck war. Aber mir war eins klar, gerade weil das so ist, wird das Deck natürlich von der Verbotsliste nicht gehittet, was natürlich sehr schlau ist, weil das heißt, dieses Deck ist sehr lange spielbar. Klar wird es gepowergript oder es werden Decks kommen, die besser gegen dieses Deck sind oder schlechter gegen dieses Deck sind. Von daher war mir jetzt auch klar, dass das man natürlich bedenken musste. Aber ich wusste auch, dass Illusion natürlich immer weiter Support bekommt. Und jetzt natürlich passend, Illusion bekommt neuen Support. Man kann jetzt Camera anders spielen, theoretisch. Das heißt, man kann dieses Deck auch verbessern und immer wieder upgraden und das ist ein guter Zweck. Und allgemein wollte ich auch ein Deck haben, was natürlich gerade auf Messen, viele wissen es ja, dass ich auch auf Messen bin, dass man auf Messen ein Deck hat, wo man eben gegen Zuschauer spielen kann. Und da finde ich es eigentlich schon besser, wenn man nicht gerade Tier 0, wenn Tier 0 ist oder Tier 1 Deck nimmt und dann eventuell einen Anfänger komplett zerlegt. Das ist dann schon cooler, wenn man eben ein Deck hat, was vielleicht nicht ganz so krass performt. Dann hat man eben so den Zwischenweg. Man hat ein Deck, was auch durchaus gut ist, auch gut funktioniert und auch eben in sich stimmig ist, aber im Umkehrschluss nicht komplett übertrieben. Ja genau, und dementsprechend habe ich mir das Deck geholt, auch weil natürlich in Real Life viel, viel cooler ist. Ich liebe es, ich spiele sehr viel Master und alles, macht mir auch sehr viel Spaß. Aber Leute, nichts geht über Kartenschaffen beziehungsweise nichts geht über ein echtes Deck. Echt Kartenspielen ist einfach viel, viel cooler. Das ist eben nice, wenn man ein Deck eben zu Hause hat. Und von daher habe ich mir jetzt wieder eins angeschafft, auch weil es halt relativ günstig war am Zeitpunkt und ja, jetzt nicht komplett schlecht ist und halt immer wieder besser wird. Und man wird sehen in Zukunft bei den Events, wie ich das so handhaben werde. Ich kann ja vielleicht mal berichten von der Sache, aber nur, wenn es euch interessiert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt jetzt. Schreibt es mal in die Kommentare, was haltet ihr von Storytimes? Findet ihr es gut, wenn ich mal so ein bisschen erzähle, einfach ein bisschen aus der Vergangenheit plaudere, zum Beispiel von Locals, denn ja, früher hatten wir Locals oder ähnliches. Da kann man ja einiges erzählen, vor allem, weil ich so lange Yu-Gi-Oh! spiele, kann man, glaube ich, einiges erzählen, glaube ich, was man da sagen kann. Aber natürlich nur, wenn das Ganze euch interessiert und wenn ihr euch die ganze Zeit geben wollt. Und ja, das war hier auf jeden Fall die kleine Geschichte, wie ich fünf Jahre lang kein eigenes Deck besessen habe. Jetzt inzwischen schon und auch jetzt auf Events wieder, aber lange Zeit nicht. Ja, es war so, es war so. Ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Ich fand es eine interessante Geschichte. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und natürlich wie immer, mit echten Karten, viel Spaß beim Duellieren.